Du hast jede Menge Spaß mit dem Bauernhof-Set von Brio. Schiebe den Traktor neben oder auf den Schienen entlang, um einen freien Zugang zu Wiesen und Feldern zu haben. Wenn du von den Feldern zurückkommst, fahre zur Scheune hoch, hiebe die Heuballen mit dem Kran in die Höhe und verstau die Ladung im Speicher. Drehe einfach am roten Knopf auf dem Scheunendach, um den Heuballen anzuheben und herabzulassen. Ziehe den Knopf nach hinten und bring so schnell die Ladung in den Speicher. Wenn die Kuh unten in der Scheune steht, kann sie herausschauen und beobachten, was draußen passiert. Und sie ist glücklich, wenn der Bauernhof zukommt, um sie im Tierwagen zur Weide zu bringen. Das Wagengatter lässt sich ganz einfach öffnen, um der Kuh einen angenehmen Transport zu ermöglichen. Zu diesem fantastischen Bauernhof-Set von Brio gehören Weidezäune und ein spezielles Verkehrszeichen, das auf freiläufende Kühe hinweist. Alle Schienen sind aus besten europäischen Buchenholz von höchster Qualität hergestellt. Das Bauernhof-Set von Brio.